Na ja, probieren wir es. Da sieht nichts aus, wenn bei mir steht nur öffnen. Na ja, probieren wir es. Bist du schon reingegangen? Jo. Ach, da bist du ja. Ja. Wir müssen hier hin. Die kann hier löschen. Kontrollpunkt erreicht. Fällt dir den Schlüsselteil der Blackwater-Banditen? Warte mal. Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Blackwater-Banditen 96 komplett aus den Augen verloren. Freddy bot keinen schönen Anblick, als wir sie das letzte Mal sahen. Sie war nicht mehr so fröhlich und lebhaft. Sieht nicht krank. Ihre Haare sahen schrecklich aus. Irgendwas ist in diesem Bergwärtsversteck passiert. Ich weiß nicht genau was, aber wenn Sie es herauskriegen können, finden Sie bestimmt auch dieses Schlüsselteil. Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn ich Sie auf der Höhle Grieche sehe. Mistvieh. Ich habe mir Blutwürmer eingefangen. Geh, halt dich fern von mir. Wir sollten nicht geradeaus weitermachen, weil das übrigens radioaktiv ist. Ja, genau. Kein Problem. Why? Ja, da kommt die ganze Kette hinterher gerannt. Ja, ist das weg. Ich bin gleich tot. Ja. Ziehe ich zurück mal. Der zweite ist tot. Ich komme nicht raus. Danke. Fühle ich mal bitte erst mal wieder aufhören. Ich bin gleich tot. 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 Dann dürfte noch mehr um die Ecke stehen, weil ich höre stimme. Haste gesehen, was dahinter steht? Der wird 60er. was ich gerade das war meine ich weiß nicht ja da kommt noch mehr leck mich doch am sinkel tödlicher gruppen oder für 60 gerne laufe ich komme ich raus hier zwei schläge war ich tot ja kommt noch mehr am besten von den genau aber ist noch 50 von den viechern das geht ja ab in den fern mit dem ding bist du schon wieder gespawnt oder was ich bin hinter dir also ich komme jetzt gerade auf die zurück geht hier mit den viechern habe das viel ist auf meiner seite ergibt auf mich jetzt also noch mehr von den vierten dagegen nicht ich brauche hier ein bisschen hilfe das ist aber ziemlich auf mich fixiert ja gut 60 ist jetzt wir haben uns beide gegenseitig ich habe es noch gesehen scheiße super guck mal da drinnen aber weiter drauf wieder draußen sind aus der stehst du doch da ja ja und ich komme euch nicht zurückholen kann er ist gleich vorbei warte da kommung oder fahrrad ich sehe es steht aber auch wieder tot wo bist du hier hinter mir irgendwo das ist meine dieses bricht das meins 1 zwar hier irgendwo noch mehr wie hier das 15 aber 2 ich bin auf dem weg ich habe die schlüsselteile gefunden das bergarbeit was den schlüsselteilen gefunden aber es gibt euch kaputt hier aber nicht den schlüsselteilen den wir oben für die quest brauchen jetzt halt erst da wo der gelbe punkt ist ich habe jetzt hier mit viecher ich bräuchte mir ja helfe ich komme unterwegs sag mal was geht bei euch eigentlich immer kaputt alter wie viele viecher sind vor allem so stark warum 35 60 60 das ist aber arg übertrieben muss ich zugeben ich habe nichts gegen herausforderungen aber wenn ihr so gegner ist die teilweise so 10 20 level über hier sind das ist auch schon ein bisschen heftig vor allem in der menge meine fresse der ist tot vor dir aber der nächste ist doch da dran du sagst er sehr auf mich jetzt gerade fixiert ich höre schon wieder noch mehr ich habe ihn sehr gut komm her ja warte 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 bin unterwegs da der leuchtet ich habe schon habe schon so geht es um eingang des bergwerks nichts lieber als das das ist das ist das ist das ist das ist Ich bin schon wieder überladen. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus. Ja, es sind natürlich wieder Viecher vor der Tür. Ich habe hier noch Ladebildschirm. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus. Ich glaube, dass ich rechtzeitig zu dir komme. Ich bin bis hier schon da. Dann, wo ist das Lager? Ja, wo müssen wir da hin? Ich bin schon wieder raus. Okay. Ja, gut. Dann haben wir noch einen Weg vor uns. Ich bin schon wieder raus. 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 Es geht sofort weiter. Ich muss gerade ein bisschen was loswerden. Ach ja, Kev Hier ist einer Warte mal kurz, ist hier nicht irgendwo eine Kiste oder sowas in der Nähe? Kann ich dir nicht sagen Ah ja, genau hier, oder? Ah, das ist meine Lage Ah gut, da kann ich auch was machen Gut, das passt Komm mal hierher Warte Ah, das ist meine Lage Ah, den Scheiß kannst du weg tun Warte, 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 warte Gegenstand Lebensmittel War das? Ne Ah So Hier, geh mal an den Koffer Hier Geh mal an den Koffer Den hier Den hier Den 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 hier Fusionszelle Ja, habe ich dir da reingepackt Kannst du mitnehmen Zupi Du hast doch So eine Laserpistole da Äh, ich guck grad Wüsste ich eigentlich, ja Und dafür Und die nimmt Fusionszelle Als Als Monitor Du hast doch letztens So eine Pistole mit Piu, Piu, Piu Ja, ich hab ja nur Ein Schatzschutzgewehr Was man gesagt Hatte ich hier die Das müsste die sein Weil sie ja Wollt ihr die? Genau Und die nimmt halt Diese Fusionszellen Als Munition Ja, gut